Fast zwei Tonnen Drogen hat die kolumbianische Marine aufgespürt, und zwar an Bord eines U-Boots. Das Boot wurde vor der Pazifikküste Kolumbiens abgefangen. Als die Besatzung die Fahnder bemerkte, sprangen die Männer ins Wasser und flüchteten. Die 1,8 Tonnen Kokain im Wert von rund 51 Millionen Euro wurden beschlagnahmt. Immer wieder werden an Kolumbiens Küsten U-Boote mit Drogenlieferungen entdeckt. Das Land gilt als größter Kokainproduzent der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020